Was ist das Blackbone, der Zwischenboss? Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Link's Adventure Water Shrine. Und ihr habt mir fleißig Kommentare geschrieben, ich fand es so toll, dass ihr das gemacht habt. Und jo, ich werde jetzt einmal hier nach einem Hebel suchen. Es ist echt toll, wenn man... Aha, guck da, kann ich Boom machen. Kabumm, so, sehr schön. Und da drin ist hoffentlich der Diamant. Ja, läuft bei mir, okay. Ich brauche trotzdem die versteckte Truhe. So, ähm, da unten haben wir nochmal was. Genau, das habe ich komplett vergessen, dank euch aber. Weiß ich es ja jetzt wieder. Perfekt, wie aktiv ihr in den Kommentaren seid. Das freut mich richtig. So. Spondermod? Ne, ich hoffe nicht. Okay, Essens-Slimeball, sehr schön. Und hier können wir mal wieder was in die Luft jagen, perfekt. So, was ist da drin? Oh, da ist der Eisenblock. Und dann können wir... Wusch, so. Ist da vorne jetzt was aufgegangen. Aber was hat mir das jetzt gebracht, genau? So. Ist hier wieder ein Bosskampf? Oder was ist hier? Hm. Okay, die Biene wieder. Ach, sehr schön. Okay, hier kann man nochmal was aufmachen. Und, oh. Ne Kiste mit Drang der Heilung. Okay. Das ist aber toll. So, und hier. Ne Kiste mit nem Schalter. Okay, dann können wir wieder... Oh, fuck. Dann können wir wieder in den Raum gehen. Aber, da ihr mich drauf aufmerksam gemacht habt, wegen, äh, dem Lava-Jumper-Run, da habt ihr gesagt, da ist noch eine Tür, die noch nicht, ähm, wie nennt sich das, äh, geöffnet worden ist. Und das werde ich jetzt natürlich versuchen, ne? Gucken, ob ich, ob ich's finde. Ja, klar, ich hab nicht immer den perfekten Plan. Aber ich geb mir Mühe bei dieser Map. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen. Weil, ähm, ja. Ich weiß nicht. Irgendwie habt ihr immer irgendwas zu meckern. Und ich verstehe einfach manchmal nicht, warum. So. Hier hinten ist das Lava-Jumper-Run. Da suche ich jetzt, ähm, die versteckte Tür, sag ich mal. Äh, Lava. Hier ist Lava. Das heißt, das ist das Lava-Jumper-Run. Da gucken wir doch jetzt mal. Wo ist hier eine versteckte Tür? Hier ist alles in die Luft gejagt worden. Gehen wir nochmal eins höher. Ach, guck da. Hier. Super. Danke. Ihr seid echt spitze. Eine großartige Hilfe, würde ich einfach mal sagen. Super, 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 super. Gut. Dann haben wir jetzt hier ja alles. Ui. Au. Ähm, gut. Dann können wir jetzt hier runterspringen. Iu. Kaboom. Schick. So. Ach, ich muss die Schuhe ja wechseln. Stimmt. Ne, muss ich gar nicht. Ich muss einfach nur hier jetzt den Dinger dran setzen. Und dann können wir hier tatsächlich fortfahren. Geil. So. Und das machen wir da unten rein. Äh, ne. Das machen wir da. Warte, so. So. Äh, zack. Ah, ne. Jetzt kann man gar nicht stacken. Okay. Dann machen wir es nämlich so. Ähm. Warte. Dann muss da oben hin. Zack. Einmal. So. Und dann dort hinten, ne. So. Ui, ui, ui. So. Ich weiß, der Kompass zeigt woanders hin. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich da nochmal hinlaufen soll. Okay. Läuft. Bosskampf. Nice. Warte mal. Was ist das? Blackbone. Der Zwischenboss. Im Wasser halten. Bam. Der kann ja gar nichts. Bam. Lol. Chilliger Kampf, man. Wow. Fuck. Was ist nun los? Ach, ich muss die Lohnen killen. Schnell. So. Einer weg. Komm, 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 komm. Die ist weg vom Fenster. Oh, 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 oh. Schnell. Die andere noch. Schnell, schnell, schnell. Perfekt. So. Und jetzt? Hä? Ah, warte mal. Oh, fuck, man. Da kann ich gar nicht richtig springen mit. So, ich probier's nochmal. Jawoll. Oh, das war ja geil. Das feier ich. Richtig geiler Bosskampf. What the fuck? Spinnst du? Wie kommst du? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte einfach mal, er wäre tot. Scheiße, 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 Scheiße. Mann. Fuck, ich sollte vielleicht so machen. Oh, Mann. So. So, dem haben wir gegeben. Ja, ja, ja. Ja, geil. Boah. Was macht denn der? Au. Mist. Komm. Zerstör ihn. Bam. Boah, meine Güte. So, komm. Zombies, weg. Schnell. Wuh. Wann stirbt dieses Pferd nochmal? Alter. Das hat einfach so derbe viel Leben. Gibt's auch nicht. Wow. Bam. Jawohl, Pferd ist tot. Pferd ist tot. Und jetzt noch die Lohen töten. So, weg. Perfekt. Jetzt muss ich nochmal die Stiefel anziehen. So. So. Oh, Mann. Er springt einfach nicht richtig. So, komm. Bam. So, und jetzt. Zack, zack. Ist er tot jetzt? Was das? Nein. Er ist noch da. Verdammt. Schuhe wechseln schnell. Bam. Bam. So. Der kann nicht viel. Der kann nicht viel. Der kann einfach nicht viel. Auf was reitet er denn? Lol. Ist er tot? Geil. Er ist tot. Und die Welt lädt. Oh, nice. Okay. Sehr schön. Da hinten hat sich die Tür... Wir haben Blackbone bezwungen. Sehr schön. Eine Angel. Ein Greifhaken. Ah, damit kann ich mich wahrscheinlich bei den Buttons hochziehen. Kann das sein? So, warte mal. Wir gucken einfach mal. Erst nochmal was essen hier. Mann, das war ja ein richtig geiler Bossfight. So. Äh, hier haben wir den Greifhaken. Gut. So. Ziele und Feuere mit dem Greifhaken auf Ranken. Um dich dorthin zu ziehen, so kannst du entfernte Orte erreichen. Halte. Äh, während diesem Vorgang deine Kriechtaste gedrückt, da du wieder abrutschen könntest. Okay. Geil, Mann. Da freue ich mich ja drauf. Das ist ja echt cool. So. Dann können wir ja mal hier gucken, denn da oben gibt es ja diese eine Ranke. So, warte mal. Gehen wir erstmal hier gucken. So. Oh. Fail, fail, fail. Nein, 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 nein. Muss man nochmal hier raus. So. Bam. Lol. Jop. Wir stecken einfach mal hier fest. Geil, aber es funktioniert sehr schön. Richtig cool gemacht, diese Map. So. Ich habe gesehen, dass es da hinten, ne, auch noch so eine Ranke gibt. So, Achtung. Dann muss ich hier hoch. So. Äh, einmal hier hin. So. Perfekt. Ha. Jetzt habe ich aber einen Dreh raus, Leute. So, 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 so. Sehr schön. Oh, wo führt denn das hier hin? Ah, hier war ich zum Beispiel noch gar nicht. Smaragde wieder. Das ist ja mal cool, Leute. Äh, so. Pfeile. Cool. Wirklich cool. Gibt es hier Ranken? Ja, da hinten tatsächlich. Bam. So. Äh, ich finde das so nice, gell? So. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Hä, war ich hier schon? Ne. Hier war ich noch gar nicht. Okay. Die anderen Räume gehen wir dann später durch. Ich weiß noch, wo ich hin kann. Äh, was ist das hier? Muss ich da was reinwerfen oder so? Ähm, da ist eine Kiste. Da unten. So. Sehr schön. Ha, 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 ha. Okay, jetzt muss ich hier hoch. Zack. Lol. So. Okay. Lol. Boah. Ey, erschreckt mich nicht so. So, so, so. Sehr schön. Gut. Beim Essen haben wir auf jeden Fall genug. So. Jetzt die Bombe platzieren. So. Oh, wo geht's denn hier wohl hin? Ach. Sag bloß. Ich weiß. Ja, ich weiß, wo ich bin. Bam. Bam. So, jetzt darf ich hier wieder dieses olle Jump'n'Run machen. Warte mal. Wir probieren jetzt mal was. Warte. Hä? Warum komm ich da nicht hoch? Komisch. Naja, jetzt darf ich wieder dieses Jump'n'Run hier machen. Das, was ich nicht wirklich kann. So. Oh. Nein. Es war so knapp. Ich hasse es, mit Slime-Blöcken zu jumpen. Das ist manchmal echt schlimm. Huh. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wo mich der Weg hinführt. Ähm. So. Oh. Immer so knapp. Ich sollte vielleicht, pass auf, über einen anderen Weg springen. Nämlich, ich springe immer so anders schräg. Also, ich muss hier aufkommen. Also, hier abspringen. Hm. Nein. Oh, Mann. Jetzt ist es fast geschafft. So. Hey. Das ist manchmal echt zum Abdönern, Mann. So. Oh. Was sollte das jetzt? So. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Nein. Oh, Mann. Jetzt reicht es mir aber. Slash Game Mode. Eins. So. Wupp. 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 So. Gut. Huh. Okay, nach oben. Ist das hier der Endboss? Oder was ist das hier? Masterschlüssel? Oh, mein Gott. Was kann ich damit machen? Masterschlüssel. Ich habe wirklich noch nie The Legend of Zelda gespielt. Also, oder halt Zelda generell. Deswegen kann ich damit nichts anfangen. Und mich zu beschimpfen, weil ich es nicht gespielt habe, finde ich einfach lächerlich. Ich meine, ihr spielt ja auch nicht alle FIFA oder sonst was, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Hier muss eigentlich jetzt hier außenrum irgendwie kommen. Oder warte. Ne. Komm ich. Da komm ich hin. Ja. Ich weiß, wo ich lang muss. So. Einmal. Wir machen das jetzt einfach so. Ähm. Weil da hinten sind noch Ranken. Ich finde die Maps so absolut hammergeil, ne? So. Wir gehen hier lang. Machen unser Jump'n'Run. Kann ich hier irgendwas mit den Ranken machen? Ne. Kann ich natürlich nicht. So. Zack. Und whoop. So. Hoch. Hoch. So. Jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich nochmal eins hoch. Hoch. So. Und dann komme ich hier raus. Und dann muss ich hier wahrscheinlich. Achtung. Pam. So. Hier hin. Was befindet sich da wohl drin? Oh. Nichts besonderes. Aber ich ziehe jetzt mal die Stiefel hier an. Dann kann ich das hier aktivieren. Guck mal. Warum passiert da nichts? Ich verstehe das hier irgendwie nicht. Aber. Hier waren wir. Was passiert jetzt? Was ist jetzt passiert? Was hat sich jetzt getan? Frage ich mich jetzt einfach mal so. Es hat sich auf jeden Fall was getan. Die Frage ist einfach nur. Was? Leute. Jetzt bin ich hier oben. Ach. Der Schrein da. Der ist ganz unten. Das heißt wir springen da jetzt mal rein. So. Dann gehen wir hier rein. So. Puh. Warum komme ich da nicht rein? Ach. Da ist was. Da ist was. Okay. So. Dann hüpfen wir mal hier raus. Ein Hebel. Das ist ja toll. So. Okay. Wo packe ich den jetzt hin? Da unten. Ne. Da unten war ich ja schon. Befindet sich hier nochmal irgendwas. Wo ich einen Hebel platzieren kann. Hm. Sieht irgendwie nicht so aus. Wüsste jetzt auch gerade gar nicht. Wohin. Ich den Hebel platzieren sollte. Hm. Seltsam. Seltsam. So. Wir betrachten die Sache mal kurz aus der Ferne. Hier wird es angezeigt. Ich muss irgendwie da eine Kiste übersehen haben. Die da vielleicht? Ne. Die da hinten. Da bin ich noch gar nicht hingekommen. Oh. Warte mal. Kommen wir da hinten durch. Ich ziehe mal nochmal die Stiefel hier aus. Und ziehe die hier an. So. Huch. Kommen wir da einmal außen rum. Bitte. 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 Nee. Klappt natürlich nicht. Das ist natürlich schade. Ich muss irgendwie da hinkommen. Ähm. Hm. Wie komme ich zu dem Punkt? War ich da überhaupt schon mal? Okay. Da seid wieder ihr gefragt. Basti braucht eure Hilfe. Aber ich vermute mal. Achtung. Wir gehen mal gucken. Ah. Warte. 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 Natürlich. Hier vielleicht? Ne. Da nicht. Irgendwo war doch vorhin ein Raum. Wo sich was geöffnet hat. Warte. Ich weiß. Ich weiß nur nicht mehr wo es war. Hier lang? Genau. Ne. Ah man. Wo war denn das? Das war nicht hier. Hier habe ich nur was bekommen. Aus einer Kiste. In einem anderen Raum. Welcher Raum war denn das? Das habe ich vergessen. Naja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Haut da rein. Und tschüss meine Freunde. Das war nicht. 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 Das war nicht.